Es sind Schlagzeilen, die ganz Deutschland in Atem halten. Seit einer Woche ist eine hochgiftige Kobra in Mühlheim ausgebüxt. Ein ganzes Mietshaus wurde deshalb evakuiert. Auch in Niedersachsen entwischt am Wochenende eine Königspython. Immer wieder und immer öfter werden die exotischen, teilweise giftigen Tiere zu Hause in der Wohnung gehalten. Es ist schick, eine giftige Schlange oder eine Skorpion sein Eigen zu nennen. Doch eigentlich ist der Handel mit diesen Tieren verboten. Denn eigentlich, wir haben mit versteckter Kamera den Test gemacht. Treff auf einem Parkplatz in Thüringen mit Zähne-Kennern. Tierschützer wollen uns zeigen, wie leicht es ist, exotische und oft auch gefährliche Tiere ohne Papiere zu kaufen. Günstig abzugeben, drinnen kann man, ne? Mario Assmann nimmt Kontakt auf mit einem Anbieter, der einen Nil-Waran, eine streng geschützte Echsenart, verkaufen will. Das Internet ist voll mit solchen illegalen Angeboten. Alles klar. Okay, machen wir so. Bis dann. Tschüss. Du kannst für Verhandlungsbasis 1 Euro, kannst du zum Beispiel ein Mississippi-Allegato kaufen. Steht drin, 75 Zentimeter, handzaam, Verhandlungsbasis 1 Euro. Mississippi-Allegato wird 6 Meter. Wie kann ein 6 Meter Allegato handzaam sein, kann mir keiner erklären, glaube ich nicht. Und Kaimane, Massen für 70 Euro, Brillenkaimane zu kaufen, Riesenschlangen. Also tagtäglich, das Internet ist voll. Und wenn du dann nur einen Umkreis Suche machst, ich habe also nur im Umkreis von mir, 50 Kilometer, da habe ich 200 Treffer gehabt von harmlosen Tieren bis zu gefährlichen Tieren. Also der Python, der ist zum Beispiel auch gefährlich. Ein Python, der 4,50 Meter ist, der ist richtig gefährlich. Das ist kein Schmusetier. Und wenn ich das dann sehe, wie die mit den Tieren handeln, das geht eine gewisse Zeit gut. Aber irgendwann tickt man so ein Tier aus. Es ticken nicht bloß Hunde aus, es ticken auch solche Tiere aus. Und das sind nun mal Raubtiere. Eine Reihenhaussiedlung bei Erfurt. Hier hält der ominöse Anbieter den jungen Waran in einer Badewanne. Schon allein das wäre für das Veterinäramt Tierquälerei und würde zur sofortigen Beschlagnahmung führen. Für 50 Euro soll die Übergabe gleich an der Haustür erfolgen. Der Mann will das Tier schnell loswerden, angeblich hat er es irgendwo eingetauscht. Am Telefon hat er noch erzählt, wie harmlos das Tier sei. Doch vor Ort zeigt sich schnell das Gegenteil. Nur mit Mühe gelingt es den Tierschützern, den Verkäufer vor noch schwereren Gesichtsverletzungen zu bewahren. Oh, nicht brechen. Vorsicht, Vorsicht. Geht gleich rein hier. Also die Hand ist ab, wenn die Tisch kriegen, wenn die größer sind, wenn die ausgewachsen sind. Die sind ja niedlich, wenn die 30 Zentimeter sind oder 25 Zentimeter. Aber wenn die 1,50 Meter sind, kannst du die nicht mehr händeln. Und die haben Knast, die wollen fressen und die fressen Fleisch. Und dann nehmen die sich, was die wollen. Die Biologin Ursula Bauer von Aktion Tier beobachtet den exotischen Trend in deutschen Wohnzimmern mit Sorge. Die Halter meist überfordert. Die Tiere vegetieren unter oft katastrophalen Bedingungen vor sich hin. Also wir stellen leider immer wieder fest, dass die Sammelleidenschaft von Menschen, die exotische Wildtiere halten, eigentlich unbegrenzt ist. Da hält jemand tatsächlich 100 Vogelspinnen in seiner Wohnung übereinander gestapelt, fast wie auf einer Exotenbörse. Oder wenn man dann Geckos hat, dann möchte man auch noch diese Art, jene Art, fängt selbst auch noch an zu züchten. Das Ganze eskaliert dann ohne Ende. Und wir erleben eben auch immer wieder, dass Tierhalter ihre Tiere, wenn es dann stressig wird oder wenn sie über die Behörde vielleicht dann auch Probleme bekommen, diese Tiere einfach aussetzen. Der letzte Fall war ganz extrem. Anfang Januar, es hat gefroren, es hat geschneit, hat jemand einen riesigen Tigerpython, der war fast vier Meter lang, einfach im Wald ausgesetzt. Mit versteckter Kamera wollen wir zeigen, wie einfach es ist in Deutschland, hochgiftige Tiere zu kaufen. Ohne jede Genehmigung und ohne Papiere. Wir sehen uns auf einer Exotenbörse in Nordrhein-Westfalen um. Einer der größten ihrer Art weltweit. In engen Plastikboxen, dicht an dicht, drängen sich Echsen, Schlangen und Spinnen aneinander. Jeder über 18 kann hier sofort jedes beliebige Reptil ganz einfach in der Einkaufstüte mitnehmen. Die Schlangen werden über die Theke gereicht, obwohl das streng verboten ist. Und mehr als 50 Prozent der Tiere gefährliche Salmonellen weitergeben. Giftspinnen sind hier genauso freiverkäuflich wie Giftschlangen. Sogar einige der Händler sehen das kritisch. Kaufen kann die im Grunde genommen jeder, der über 18 ist. Und natürlich gibt es genug Leute, die sagen jetzt einfach, Hauptsache giftig, möglichst ganz giftig. Irgendeine Mamba, die wollen das nur als Statussymbol. So von wegen, ich hab so ein Tier, die wissen gar nicht, wie man das richtig hält. Hier auf der Exotenbörse kontrolliert niemand, welche Tiere in welchen Boxen wohin gebracht werden. Zumal in 10 von 16 Bundesländern nicht mal eine Genehmigungspflicht besteht. Also ich kann da hingehen und kann die giftigste Schlange der Welt einfach so mit nach Hause nehmen, wenn ich das nötige Kleingeld auf den Tisch lege. Keiner kontrolliert, ob ich überhaupt befähigt bin, ob ich die Qualifikation habe, ob ich ordentlich und sorgsam mit dem Tier umgehe. Zu Hause ist es dann natürlich eine Gefahr für mich und die Familie, wenn ich nicht weiß, wie man mit so einem Tier umgehen kann, umgehen soll. Und letztendlich können diese Tiere auch mal ausbüxen. Und dann ist es einfach eine Gefahr für die gesamte Bevölkerung. Auch der Halter der vergangene Woche in Mühlheim an der Ruhr entwichenen Kobra hat auf einer solchen Börse sein Tier gekauft. Für überschaubare 70 Euro. Die aufwendige Suche nach ihr hat hingegen weit mehr als das Tausendfache verschlungen. Schließlich wurde die Wohnung des 19-Jährigen vollständig entkernt. Zudem fehlt von der relativ kleinen, aber dennoch hochgiftigen Monokel-Kobra auch weiterhin jede Spur. Für seriöse Schlangenhalter unhaltbare Zustände. Für jede Schreckschusswaffe brauche ich einen Waffenschein, wo nichts anrichten kann. Und für 80 Euro habe ich eine Klapperschlange, wo mein Nachbar, wenn ich ihn nicht leiden kann, unter der Tür durchschiebe, auf Wiedersehen macht es. Das ist falsch, das ist definitiv falsch. Doch der illegale Handel mit exotischen Tieren boomt. In der Wildtierstation Sachsenhagen bei Hannover kämpft Dr. Brandes jeden Tag mit den Freuden. Sachsenhagen ist eine Auffangstation für durch den Zoll beschlagnahmte Tiere. Gerade sind 138 Baumpythons eingetroffen, die ein Händler in einer Tonne nach Deutschland schmuggeln wollte. Also dies hier ist schon so ziemlich der schlimmste Fall, wenn man überlegt, dass hier drei Viertel der Tiere bereits verstorben sind und wie schlampig mit den Tieren umgegangen wurde, also wie sorglos, dass die überhaupt nicht medizinisch versorgt wurden. Das ist schon so ziemlich der krasseste Fall, das tut weh. Aktion Tier startet deshalb jetzt eine spektakuläre Aufklärungskampagne. Drei als Reptilien bemalte Nackedeis fordern im Namen der Tierschutzorganisation ein generelles Verbot exotischer Wildtiere. Es setzt im Moment ein regelrechter Boom auf exotische Wildtiere ein, weil Allergien da sind, weil Leute sich einfach mit diesen Tieren profilieren möchten. Es ist ein Statussymbol, es ist natürlich auch der Nervenkitzel, eine gefährliche Schlange, ein giftiger Skorpion zu Hause zu haben. Aber die Menschen machen sich meistens darüber hinaus keine Gedanken, wie es den Tieren geht. Und Schlangen können eben nicht schreien. Skorpione können ihr Leid nicht in die Welt hinaus brüllen. Und von daher bleibt dieses Leiden weitgehend unbeachtet. Für den noch kleinen Nilwaran aus Erfurt, der mal eine Länge von 1,50 Meter erreichen wird, gibt es jedenfalls ein Happy End. Mario Aßmann hat bei der thüringischen Umweltbehörde Anzeige gegen den Verkäufer erstattet. Und die hat die Beschlagnahmung des Tieres verfügt. Nun muss der Waran kein karges Dasein in der Badewanne mehr fristen, sondern bekommt ein eigenes Terrarium im Tierheim Meißen-Winkwitz. Und einen Namen hat er auch schon. Schnappi.